Hallo Jonas, erinnerst du dich an mich? Katrin Svete, klar. Ich hab dir einen Brief geschenkt. Das ist vielleicht komisch, aber manche Sachen lassen sich besser so sein, oder? Also es gibt da schon ein Thema, was gerade die Runde macht. Und welches? Alle fragen sich, wer der Vater ist. Was meinst du? Mit dem Typ hat er sich gemeldet? War klar. Was? Ja, es ist mir egal. Es kann überhaupt nicht von mir sein. Ist das alles in Ordnung? Ja. Nicht alle gleich. Was willst du? Was ich will? Schiss, honey. Ich bin ein kleiner Junge. Echt? Die haben eine Angst für alleinigen Gefühlen. Hm? Mama? Ich will es. Du, ich hab ein Problem. Ich bin ein kleiner Junge. Ich bin ein großer Junge. Ich bin ein kleiner Junge. Ich bin ein kleiner Junge. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ein kleiner Junge. Untertitelung des ZDF, 2020